ja feile die wir nicht kennen feile der durchbohrung hier kann man minsk damit sich rumschleppen den kannst du nicht lernen weil zu viel platz den kennst du bereits dann identifiziere mal einen stab der blitze damit ich bin gerne zu diensten ok der juan ti ist furchtbar ach da war noch ein eistroll dazwischen hat sie ihn gerade gequittet sag bloß du triffst sie nicht so ok gut nochmal quick safen ok ja die dienerin der natur ist bereit die dummen die drei noch eine stärkung und dann noch der göttliche so und jetzt den juan ti magier was kann ich tun du kannst schon mal seine zauberband so da sind wieder alle in chaos das ist nicht gut einfach fragen und ich handele ich bin bereit ach er benutzt phantom tor nicht äh phasenverschiebung habt ihr einen plan jawohl wie ihr wünscht ok jetzt hat er auch noch talisse übernommen ok da gibt es nur eine möglichkeit die pflicht ruft ich verstehe ich versuche noch mal mal geht es zu fangen ok der juan ti magier ist jetzt tot ok ach du schade doch jetzt ist aus dem einen troll sind zwei geworden und jahira ist tot ok ich würde es vorziehen wenn wir den juan ti magier alleine hätten hm keine große herausforderung gut kommst du komm ich war's aufrecht und ihr gerecht ich habe äh schneller als schickticker schnell prats hm wie kann ich helfen ja wäre schön wenn sie aufhören würden alle aufeinander los zu gehen ok ok talisse haut jetzt er wieder tot das ist auch nicht schön ja 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 oh flinker teufel hm 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 keine große herausforderung ziehen wir uns mal noch ein Stück zurück hier hinter die umbiegung So, und dann locken wir ihn jetzt nochmal an. Okay, und dann locken wir erst den Troll raus. Ja. Okay, so halte ich mal lieber selber. Okay, der Zauber wurde unterbrochen. Das ist nicht so gut. Okay, Troll ist tot. So, das heißt, ich muss jetzt nur gegen den Johann Tee alleine antreten. Hm, könnte lustig werden. Habe ich nicht einen Schutz vor dem Bösen oder so? Ah, ich habe koordinierte Verteidigung. Vielleicht soll ich es mal damit probieren. Ah, und da ist Schutz vor dem Bösen. Das hier ist mutiglich aufregender als jeder Zirkus. Mama, Vita, Mortis, Mario. Okay, bis jetzt hat nur Keldon das Chaos abgekriegt. Leichte Geschosse funktionieren auf jeden Fall. Und damit ist er hinwegbar. Wir können die Magie leider nicht von Keldon bannen, glaube ich. Weil das nur auf Gegner geht. Ja. Schneller als Chick-Ticker, wenn es bereits ist, was gewonnen. Manus potentes Poro. Okay. Das hat jetzt nichts gebracht. Gut. Einfach fragen, ich bin gerne zu Diensten. Geringere Zauber zurückwerfen. Das war der Spruch, den er gerade benutzt hatte eigentlich. Haltet die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Sag mir bitte, dass du den lernen kannst. Den hast du bereits. Okay. Feuerpfeile kennt sie nicht. Obwohl sie sie die ganze Zeit benutzt. Wie kann ich, ich versuche immer mein Bestes. Festungsschlüssel, das ist auf jeden Fall gut. Den Zauber konnten wir jetzt abwechselnd mal übertragen. Polzen plus eins, ein Festungsschlüssel. Wir könnten aufs Dach gehen. So, jetzt haben wir einmal den Rundgang gemacht. Gut. Treppe zum Dach, Treppe zum Dach, die noch abgeschlossen ist. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Eine Identifikationsschrift für den nächsten Zauberstart. Mh. 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 Werde ich gebrennt? Ja, keine große Herausforderung. Ach, wir können jetzt auch mal aufs Dach gehen. Wobei ich da gerne rein wollen würde. Sowohl Tür als auch Schloss scheinen beschädigt zu sein. Ihr könnt diese Tür erst öffnen, wenn sie repariert wurde. Ach Mist. Da komme ich nicht rein. Okay. Ach ja, ich wollte aufs Dach. Das heißt eigentlich komme ich darüber rein und ansonsten komme ich glaube ich hier noch irgendwo rein. Genau. Was gibt es denn auf dem Dach? Äh, bis jetzt nur ein Katapult. Mehrere Katapulte. Ja gut, die Katapulte bringen leider nichts gegen Gegner, die durch die Erde kommen. Das ist leider so. Da oben kommen wir nicht hin. Und der Zwinger hier fürs Tor. Seiteneingang das Fort. Schon ne schöne Festung, wenn man sich sie so ansieht. Gut verteidigt. Ach ne. Ah, nö. Uh.